Der gefährliche Ausritt Hallo ihr Lieben, ich will euch heute mitnehmen, wie ich mit dem Miro ausreite und ich mache ihn jetzt erstmal fertig. So, ich habe ihn jetzt fertig gemacht und jetzt kann es losgehen. Also, ich wollte heute einen Weg reiten, der ist im Gebüsch, den habe ich einfach mal so gefunden. Und da reiten wir jetzt erstmal hin. Ich hatte das hier gehört. Ach du meine Güte, Mero, was ist denn mit Luisa passiert? Ich weiß es, ich steige schnell auf und du bringst mich zu ihr. Komm, los geht's. Scheret. Da hinten. Das war's dann wohl mit Luisa. Retten wir zurück, Mero. Komm. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss. Scheret.